Diese Viecher kochen. Svenny, nimm das Medi-Pack hier hinten. Lade nach! Svenny, nimm das Medi-Pack hier hinten. Ich bin voll. Warte mal. Nee, mit draufklappen ist auch nicht. Man kann es ja mal versuchen. Du hättest ja Sven damit heilen können. Ah. Ich habe ja immer noch eins, wo ich ihn heilen könnte. Könnte! Ja, wenn ihr mich dauernd abschießt, dann muss ich halt mich heilen. Du musst ja nicht in die Schussbahn-Räsen rennen. Ja. Alter, Coach. Ja, siehste? Der mag mich, der Coach. Deswegen schießt er dich ab. Hat dir irgendwas gepiept gerade? Nö. Ja. Ja, das ist deine... Uah, die läuft ab. Deine Zeit. Machen wir nicht sowas. Uh, wo würdest du denn hinspringen? Hey! Garde nach! Wir sollten gehen. Wieso? Wollen wir können? Danke. Das ist gut. Ja, ne? Lade nach! Häääähm! Huh? Wenn Sven stirbt... Wir haben immer noch den Defi. Na jetzt... Jetzt braucht es wieder ein bisschen, dass er stirbt. Das kann man ändern. Haha, du ja. Gewalt oder nicht? Du schaffst es... Du schaffst es mit Leichtigkeit. Du schießt ja alles ab, was nicht bei 3 aufm Baum ist. Eins... Zwei... Drei... Hier, es geht Baum, Mensch. Gib uns wenigstens mal nicht. Eben! Ach, komm hier runter, irgendwie. Da ist ein paar... Da ist mal was Baumähnliches. Er hat ihn jetzt schon wieder auf mich geschossen. Ich nicht! Ich hab'n Beweis. Doch! Ihr schießt auf mich! Nein, ich hab'n Videobeweis. Ich hab'n nicht geschossen. Coach schießt auf mich! Wir müssen Coach canceln. Achtung, unten ist hier so Bum-Bum-Granate. Ach, welch schönes Feuerwerk. Du lädst? Ja. Warum? Boah! Was? Du wirst gar nicht gesehen. Ja, geil ist da alles. Oh, ein Telefon. Nimm mit! Oh, ein Anfänger. Ruf mal hier an und von welchen abholen und so. Ach, hm. Hallo? Vielleicht kommt da welche zur Rettung. Die, die uns zurückgelassen haben. Da ist aber auch ein Anfang. Ich mag nicht, herrm! Warum nicht? Ey, mal geht das! Ohohoho! Pass auf hinter dir. Au! Ey, der schießt echt auf alles was im ZZ3 auf dem Baum ist. Stell dir das so vor. Ja, bei... wo war das? Bei Borderlands. Da gibt's Kugeln, die heilen dich. Ich heile dich, du. Ich mein, bei Borderlands ist es ja nicht so schlimm, ne, mein Güter. Warum ist es bei Borderlands nicht so schlimm? Ich glaub, Friendly Feuer hat's doch gar nicht bei Borderlands. Nee, kannst du anschießen, wie du willst, da passiert gar nichts. Ja, der Soldatentyp hat ja dann die Möglichkeit, Leute, die er anschießt, zu heilen. Das ist cool. Deshalb baller ich die immer an. Und hier, und hier revanchieren wir uns dafür. Hier schießen wir ihn nur an. Ja, aber ihr heilt ihn ja dadurch nicht. Mit dem Leben passiert trotzdem was. Oh nein! Boah. Ladies and gentlemen. Das ist aber klack. Oh Mann! Ziel verdammt noch mal woanders hin. Ja, mach das mal, Matthias. Was? Er sagt extra, Ziel bitte woanders hin. Haha, nein! Wollt, ist wieder ein Depredator-Dingsbums? Den nehm ich jetzt mit. Nee, kann ich nicht. Ich habe schon. Hier ist ne Doppelwaffe, wenn ihr ne braucht. Äh, Ende zumindest. Wo bist man da denn? Was hat man? Ein Pappel ist da drin. Braucht man eh. Hinter dir! Achtung, wieder hier hinten. Hey, die Kugeln tun weh. Äh. Brät sich und ballert, was das Zeug halt. Hahaha. Ich habe das Scheißgefühl, der Alarm bringt Freude. Lade nach! Hier gibt's Medikamente. Die werden die wohl brauchen. Ja, die werden die wohl brauchen, das stimmt. Ninja schwer. Tablet. Das sollte man machen. Das macht ja einen Spaß. Haha. Ja, das heißt es für dich. Noch jemand da? Hallo? Ja, die brauchen wir nicht hilft. Hatsch! Geh! Gesundheit. Danke. Oh. Aber das war... Ja. Hier ist irgendwo ein Hunter. Wir müssen, äh, ganz schnell hoch, um den Alarm auszumachen. Hm. Am besten die Treppen nach oben. Die Treppen sind... Die Richtung! Hau ab, Sven! Komm zurück! Und Coach rennt schön dort rein. Nee, Sven ist da... Wie? Ganz vorne. Eee. Aber Coach ist dort reingereist. Nein, nächste Treppe hoch. Ja. Noch eine Weile rauf. Nein, nein, nein. Hoch, hoch, hoch. Nein, lasst mich, lasst mich! Nein! Ist schon immer bei dem Alarm? Nee, du bist leider, ich bin hinter dir. Ah, renne, renne, renne! Keine Chance hier. Ja, da war ein Splitter. Wo muss man das jetzt abschalten? Alarm ist aus. Ich komme jetzt, Svenne. Hinter dir! Ja, du musst doch... Wissen, hätte ich dir hochgeholfen? Oh, scheiße! Hoch mit dem Alter! Wieso, könnt ihr doch helfen mit dem Hunter? Coach ist im Arsch. Echt? Oh. Ah, ja. Schieß den ab, du hast einen Defi. Der ist jetzt tot. Nee, dann hebe ihn hoch. Ich renne jetzt nicht noch mal ganz nach unten. Aber hier liegt eine Waffe, die könnte ich gehen. Sven? Ja, komm doch dann eh gleich wieder. Sven, soll ich dich abschießen? Soll ich dich abschießen? Wir haben einen Defibrillator hier, du weißt, was ich meine. Ja, dann schieß ab. Dann schieß ab. Dann schieß ab, du hast einen Defibrillator. Ich bin hier weiter. Ihr Spalter! Ich mach dir zu. Ja, klar, jetzt kommen die Zombies auch noch. Halt die Zombies auf, Mann. 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 Ich bleib hier liegen. Ja, du musst sterben halt. Du, ich bin der Aufnehmende, verstehst du? Ja, dann schwenk die Kamera. Oh, guck mal, ich hab sogar einen Medikit gefunden. Guck mal, da kommt ein Großer. Du, ich hab auch noch einen Medikit. Du, ich hab auch noch einen Medikit. Du, hier oben ist... Hier oben ist Coach. Hier oben ist Coach, wisst ihr, ja? Ja, ja, wir gehen ja schnell mal hoch. Torn euch. Halt die Zombies wieder. So. Hier, hämmerts. Ja, hier oben. Wieso ist der Dunkel hier? Boah. Ich hätt'n abschießen können, aber warum sollte ich? Du bist doch tot. Warte mal, ich soll dich jetzt... Ja. Ich mach schon, ich mach schon. Ach, du mach schon, gut. Auf dem Tisch liegt ja noch einer. Nimm dein Medikit wieder auf. Auf dem Tisch liegt noch ein... Das hättet ihr aber auch einfacher haben können. Nö. Wieso hat man doch einfach? Hätt's doch keinen Spaß gemacht. Hier unten liegt noch. Wieso ist die Tür kaputt? Hast du die nie alle aufhalten können? Nein. Nicht. Das ist ein Winzling. Hast du bloß wieder rumgelegen. Warte mal, wir... Du, wir hören den Winzling. Was ist denn der Winzling? Ja. Das ist... Das ist ein Winzling. Und das ist der andere Winzling. Das ist ein Großling. Ich muss noch mal hoch. Magst du nicht lange durchgedrungen? Fiber. Ich werd gezückt. Ach, jetzt dürft er schon wieder. NEIN GOTT! Bin ja mal ohne. Jetzt rückt er wieder. Mein Gott... Dann werde ich den letzten Schuss gehen. Mh... Mach voraus. Komm, trau dich! Genau den richtigen, als hätt's gewischt. Alter! Kurt schießt immer auf mich. Ja, jeder wie er's verdient. Ich kenn zwei, die auf mich schießen. Kurt und Gingo. Jetzt schießt wieder jemand auf mich, das geht zu mir. Nein! Und schon wieder ein Boomer. Sanko! Willst du geschockt werden? Nö. Der hätt's da auch mehr leben. Schon wieder ein Charger, hat man ja etwas ein. Oh man. Boomer. Wo? Da vorne hört's Blut. Au! Pass auf. Rolltreppe auch. Hier springt wieder. Hier heilt schon wieder eine. Ich bin hier zu Hause. Irgendwo quietscht es! Noch eine Hexe! Oh! Der konnte mich doch gar nicht anspringen. Ich bin aber immer weggerannt von dem. Irgendwo quietscht es. Oh! Oh! Die umgehen wir. Das können wir uns nicht leisten. Hallo, meine Dame. Nein! Jetzt ist euer Problem. Hä? Waren alle drin? Ja. Schade. Scheiße, Scheiße. Wir sind alle noch durch die Tür geschlüpft. Scheiße, ich hab extra auf die Geschöße hinzugebracht. Deswegen hast du die Witch-Punkte gekriegt. Ja, wir hatten Glitch-Kräfte. Ich hab die Glitch-Kräfte eingesetzt.